ganz aufgestanden leute so leute wir sind jetzt hier angekommen am Bahnhof wieder let's go so leute der hat hier auch im teambereich grünes Armband dass wir für alles offen sind let's go wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind ich wir sind wir sind Autos 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 Oh mein Gott, ich hab auch noch mal. Hey, hey, hey! so leute wir gehen jetzt nach hause vom club war auf jeden fall chillig und jetzt müssen wir erst mal 40 minuten warten haben wir da bock drauf nein wir sehen uns wenn wir zu hause sind let's go so leute ich hoffe das video hat euch gefallen das ist ein sehr kurzer vlog ich weiß aber gibt den ganzen ein like und lasst einen kommentar da ich küss euer herz tschüss